Zeynep, wo bist du? Hier oben. Hi. Also momentan mache ich jetzt Farbe hier rein. Damit ich diese Wand hier, also komplett, dieses alles schwarze werde. Und daran mache ich mich jetzt eine Ehrarbeit. Also soweit ich weiß, hat hier Ivo gerade gepflegt. Und ich glaube André schleift im Wartner. Ali glaube ich auch. Und Johnson? Keine Ahnung. Fernsehen. Was machst du? Schleifen. Was schleifst du? Die Wandänen. Du musst dir mal den Rauf von André angucken. Der hat den ganzen Raum alleine gespacht. Was geht? Was soll jeder denn? Was machst du? Schleifen. 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 Ali? Ja? Wie sieht das aus, wenn es fertig ist? Ich weiß es leider nicht. Johnson hat den Überblick. Johnson, wie sieht es aus, wenn es fertig wird? Wie war es Traumhaus? Das wird Traumhaus aussehen. Also, ich habe jetzt das hier alles erst mal gestrichen, weil ich gestrichen werden muss. Und dann noch die letzten Striche hier fertig streichen und dann bin ich fertig. Geil! Ja!